und damit hallo liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen runde minecraft ich habe mal in der zwischenzeit ich habe jetzt langsam immer noch dieselbe aufnahme session jetzt aber natürlich in der neuen folge und ich habe es gerade in der pause geguckt ob man irgendwie katzen zähmen kann was nicht die more creatures katzen und das ist ein bisschen schwierig zu zähmen ihr ahnt es oder ihr ahnt es mir passt da ein bisschen was nicht toll fein so ach gottchen ja gut okay gut ja so hätte man es auch machen können so dann halt einmal so wie mache ich das so so nicht so doch vielleicht den noch weg den weg so so vielleicht so den auch noch weg weil mir das irgendwie zu low aussieht so könnte man das sagen das ist halt so eine ja so eine leicht zerbombte zerbeulte brücke ja doch das ist okay aber ich finde es ist gar nicht mal so schlecht so eine brücke leicht um die kurve geht hier müssen wir dann wirklich gucken wie wir das machen so ich habe für heute also für jetzt noch gar keine pläne also ladies nein so war es nicht gemeint wie machen wir das wenn ich jetzt genau straight hier lang wollte schwer wie mache ich das hier ist eine gute frage eine scheiß antwort ich weiß war das 3 1 3 ich könnte so eine kurve was ist so schwer nicht so an du musst mir nervös sag mal du komischer schneegolem warum produziert du kein schnee hat und muss dafür in den richtigen gefilde sein ich weiß ist ja gut ach ja was wollte ich jetzt machen ich wollte die monster mal anmachen jetzt gehe ich wahrscheinlich direkt auf den kopf alter ich habe so viel hier nutzbaumaterial kannst doch kein verkaufen genau wo war das noch mal wo habe ich jetzt hier endlich meinen leben das gibt es doch nicht ich habe doch mein leben wollten jetzt das andere leben hingetan auch leute ich bin auf dem holzweg guck mal hier so und so und hier in den ärzen pack ich einmal das hier dann habe ich wieder genügend platz mache ich glaube nicht dass jetzt in der kurzen zeit schon genug gespawnt ist dass ich mich jetzt hier dann ergänzen können alter alter was ist das denn alter mega erstmal runterspülen die schweine ich meinte die lustigen lieben gesellen die ich sehr zu schätzen weiß warum vor allem bei der wärme sind die leute so aggressiv aber so richtig extrem aggressiv ne kennt ihr das wenn die so richtig mega aggressiv sind sagen wir es ist ein zweiter block ne und die stürzen irgendwie nicht irgendwie passt das nicht hier hallo ist irgendwas kaputt gegangen warum das ärgert mich jetzt da muss ich gleich ich werde jetzt erst mal runter gehen und den rest hier der tatsächlich runter gesprungen ist hat gesprungen runtergeplatscht wurde mal gucken wie weit ich da komme mit ja sehr schön aber kriper freund sahne so so mehr ist jetzt nicht mehr könnte ich jetzt aber auch nicht gut super so aha habt ihr euch doch noch mal entschieden zu kommen das ist schön das freut mich aber so na kriege ich kriege ich ok ok gut unbedingt willst also ein bisschen doof und noch mal so mein freund ok jetzt machen wir die monster wieder aus und dann will ich mal gleich reingehen erst mal die ganzen sachen die aufgeben oder ach quatsch warte mal haben wir was schönes was ist das sind lederstiefel ach guck an wie schön eine lederstiefel ist wirklich gut oh redstone das ist ja wirklich gut oh knochen das ist ja wirklich gut und kann jetzt wieder hoch hier habe ich alles illuminiert damit es schön ja schön hell leuchtet es macht mir nur dass sie wieder sorgen ok erde und bloß nicht hier kann ich durchgehen habe ich hier irgendwo licht das ist gut was ist denn hier wieder los wieso aber richtigen stein habe ich hier gar nicht mehr das ist jetzt ärgerlich das muss ich hier im flickenwerk hier irgendwie roman so sonst noch irgendwo irgendwelche probleme fehlt hier irgendwas wie dunkel das maister also richtig scheißen dunkel hier so das ganze wasser passt eigentlich und jetzt habe ich gar nichts mehr oh mein gott so dann heißt das das war jetzt eigentlich alles müsste funktionieren da bin ich mal gespannt und das hier nervt mich mit diesen komischen blöcken die ich einfach nicht weg kriege hier aber ich kann durch latschen das ist merkwürdig so dann schauen wir mal was ist das für die musik naja guck mal jetzt muss ich wieder alles so wie es sein soll working as intendant aber die hier oder gut dann muss ja nicht ok lalalala wir machen doch guck mal hier so ich will es gerne hell haben hier und dies so wir haben das ja ich weiß könnte man jetzt aber mache ich jetzt erstmal nicht so war das hier ich bräuchte eine neue sommer ist ein bisschen lauter musik ne lucia sei nicht so ja es ist warm liebe leute und momentan ich ächze auch ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich das hier mit dem weg machen soll ob ich jetzt hier wieder so einen glatten weg machen soll oder ob ich hier so eine art trampelfahrt machen soll mit so ja weiß ich nicht und das ist so anfängt und dann so langsam obwohl hier wollte ich auch ein haus bauen so so machen wir ein schönes dreck raus so hier ist sogar noch akzente so soll sich niemand beschweren so hier ist die tür hier kannst du reingehen kannst raus gucken schön ne ja meine ich doch und ist ja gut ist ja gut ist ja gut gibt halt so vieles aber momentan auch wenn ich so viele ideen habe momentan ist so die wärme die wärme hilfe ich finde das hier eigentlich richtig genial das muss bleiben irgendwie wissen irgendwie weiß ich nicht mit saunen oder so wie dahinten so wie hier ja hier also so ne habe ich viel zu wenig so dann schauen wir mal wie wir das jetzt da hinten machen könnten lalala ach wie schön wenn das denn hier so weiter geht hier muss ich mir echt überlegen will ich das jetzt hier einfach so weiterführen einfach so einen kleinen so hm willst du halt ich meine soll das zum halbwegs naja so lolololo und hier vielleicht noch dann noch mal so ein bisschen wir können noch mehr kies haben also so ist es nicht vielleicht hier und hier damit ein bisschen authentischer wird ja doch so 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 obwohl das wäre schon wieder to match hier oder to match hier wäre eigentlich nicht too much ist halt so ein trampelweg halten so gut das hätten wir auch hier mache ich aber jetzt nicht irgendwie so so einen schönen oder soll ich das auch mit stufen und zwar das und schönen abgang machen sollten wir haben wir langsam echt alles schon so ich weiß nicht ein bisschen wild muss es bleiben so ein bisschen so ich laufe hier lang ich laufe hier lang okay hier irgendwie stört mich das hier ein bisschen stört mich weil das ist ja hier so ein schwebender block weißt du was ey da scheiße der hund drauf so irgendwie hat er mich die ganze zeit gestört das noch nicht mal so sehr obwohl sie könnte man eigentlich auch so dann hat er halt seine berechtigung und ich habe dann platz frei lala warte mal könnte ich hier wäre ich hier irgendwie ein bisschen was das gut aus oder so näher weniger dann bin dann so kann man das so anbieten der musik ist zum tipp gar nicht laut ja vielleicht doch so ein bisschen da kann es noch ein bisschen leise sein alter ja doch doch ist ok hier vielleicht ein bisschen mehr mit bischen oder so oder was haben wir das so lassen vielleicht ein bisschen efeu pass auf efeu ist doch immer gut oder so ich hätte schwören können hier ist efeu deswegen bin ich einfach so ganz schwungvoll runter gesprungen ich bin so ein esel so ein esel habe ich mir auch echt verdient ne so liebe leute das schaffen war was haben wir hier drin alter schwede einiges oha sehr schön sehr 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 schön lala 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 so so und hier vielleicht und so nochmal ne und kommen auch hier vielleicht und so und so ne da nicht alter die musik noch mal weiter noch nicht ja die musik ist schön aber ich bin ehrlich ich weiß momentan nicht wirklich weiter wie es weitergeht so und dann müssen wir dann wieder auch hier hoch und hier wollten wir ja ich weiß momentan nicht wie ich das mache ich habe so viele ideen aber ich weiß sie nicht umzusetzen deswegen ich glaube ich mache hier sowieso erstmal schluss vorgeist ja eh zu ende liebe leute ähm gut viel zu spontan darf die aufnahme auch nicht sein weil ansonsten kriegen wir echt nichts geschissen hier wie es aussieht scheinbar so leid es mir tut ähm hat trotzdem spaß gemacht liebe leute ähm vielen dank für alles ich hoffe ihr seid nächstes mal wieder mit dabei ich würde mich sehr freuen und bis dahin sieht schon geil aus ne irgendwie ne ok liebe leute in diesem sinne alles lieber alles gute und bis demnächst tschüss 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 tschüss